Okay, es gibt manchmal ansatzweise... Ach, dieser Skillcheck. Ich bin auch hier. Ich bin die vom Discord. Von meinen oder von den Falken? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich bin gar nicht da. Das hast du nicht ganz so schön gemacht. Und schon mag Anna mich nicht mehr. Deine Mega-Hitbox funktioniert halt auch nicht immer, meine Liebe. Oh, tschüss, Wegenlead. Ja. Das wäre super cool, wenn ihr irgendwas Sinnvolles macht. Oh, das war doof. Oh, das war gut. Was ist das für Broke? Mech? Mech? Du stehst meinen Weg? Mech? Du stehst meinen Weg? Schnell. Oh, toll. Ich glaube, ich habe gebrüllt. Und ich bin ahnungslos. Was passiert denn hier jetzt? Lass mal die Mech aufheben. Oh, was war das für ein Leck hier? Oh, da kommt er schon wieder. Aber... Mach doch ihn schön erst mal fertig, bevor du weg rennst. Läuft schon wieder bei mir. Die Lost wollen sie sein. Ja! Ich weiß aber gar nicht, wo sie ist. Ich weiß, ihre Melodie hier irgendwie immer lauter wird. Und wieder leiser wird. Wie so ein Ping-Pong-Ball. Die kommt an, die geht weg. Die kommt an, die geht weg. Aber wo sie hingeht, das weiß ich nicht. Richtiges Katz-und-Maus-Spiel. Ah, kommst du zu mir? Nee, ihre Fähigkeit ist schon aus. Der hat doch irgendeinen Perk. Wie man sieht, wenn man angehittert hat, Jen wieder... Wie man sieht, wenn man angehittert hat, Jen wieder... Eigentlich müsste ich einen Check-Jen machen. Ich glaube, da ist das Verstecken einfacher. ... ... ... ... ... Ob Serena und ich das hier noch schaffen. Ich weiß nicht, was Serena macht. Oh nein. Ich zieh ruhig. Als ob der mich nicht gesehen hat. Ich bin eins mit dem Baum. Ja genau. Regen ist wichtig. Serena! Nein! Warum bist du denn hier bei mir und ich beim anderen Tor und jetzt wird er toxisch? Das war ja klar. Oh nein, wir haben den fünften Gen fertig gemacht. Jetzt muss er so anfangen, immens wichtig. Na ja, vielleicht wird Serena noch gehätsch. Oh nein, wir haben die selbe Lory nochmal. Was? Die selbe Lory nochmal? Ja, die selbe Lory nochmal! Oh, ein Doktor. Herr Professor Doktor, Sie dürfen gehen. Ich habe kein Wehwehchen. Ich habe kein Wehwehchen. Wirklich nicht. Jetzt habe ich ein Wehwehchen, aber das ist Ihre Schuld. War sie so klug und hat immer aus der Check gezogen? Ich so doof und habe ihn zurück in die Check gelotzt? Ach komm schon! Ups. Reusless soll Ihre Aktion sein. Jaaaa! Oh, das hat dein Schack getroffen. Ich bin stolz auf dich. Lass mich in Ruhe. Aua. Das verstehe ich nicht. Kommt denn der jetzt her? Und raus von Walde kommt er her. Ich muss doch sagen, es zombiert sehr. Ein Schweinchen, ein Schweinchen, ein Schweinchen, ein Schweinchen, ein Schweinchen, ein Schweinchen, ein Schweinchen. Wo ist es? Ja! Hi! Ich wollte mich mit ihr anfreunden. Sie will sich nicht mit mir anfreunden. Nein? Nein. 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 Oh hat die mir meine Werkzeugkiste wieder mitgebracht! Genau! Hat die mir meine Werkzeugkiste mitgebracht! Nein, wie lieb! Ja! Oh, danke schön! Er weiß, was ich getan habe und er hat gesehen, dass es fehlgeschlagen wird. Er hat mir meine Werkzeugkiste wieder mitgebracht. Das ist wirklich meine. Oh, was liebe ich! Detroit Become Human ist auch ein schönes Spiel. Wobei ich glaube, da waren nicht alle Entscheidungen zeitlich begrenzt. Eventuell kann man... Holy moly! Lass mal das! Sie wird nicht gestalkt. Ja! 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 Ja!